Guten Morgen Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin hier in Scharbeutz und Umgebung unterwegs. Ein paar Aufnahmen habt ihr schon gesehen. Und jetzt melde ich mich auch endlich mal zu Wort. Und ihr werdet sehen wie es weitergeht. Bis später. 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 So ihr Lieben, ich befinde mich jetzt in Hemmelsdorf am Hemmelsdorfer See, eine richtig schöne Location einfach und ja, ich habe das gerade sehr genossen, ich habe ein paar Tieraufnahmen machen können und natürlich ein paar Aufnahmen vom See an sich, ja, jetzt schaue ich mal, wohin mich der Weg noch so treibt, entweder gehe ich über den Weg, den ich gekommen bin, zurück, Richtung nach Hause oder ich gehe über Ratekau und Pansdorf und ich werde mir schauen, für was ich mich gleich entscheide. Ja, ich habe gerade witzigerweise einen Arbeitskollegen getroffen, mitten im Nirgendwo, also Grüße gehen raus, Julian, falls ihr das siehst und er hat mich halt bis Techau jetzt mitgenommen, musste ich ein Stück weniger laufen und jetzt bin ich auf dem Weg nach Pansdorf und von da aus geht es denn über Luschendorf nach Schabholz. So, ich befinde mich jetzt auf dem Weg Richtung Pansdorf, Ratekau und Techau habe ich nicht so viel gefilmt, weil das war ganz witzig. Bei der Abzweigung Richtung Offendorf kam ein Arbeitskollege von mir angefahren, wie eben schon erwähnt, Julian, peace an dich und er hat mich halt bis Techau spontan mitgenommen, das war ganz witzig und sehr random, aber ich habe es gefeiert, aber dementsprechend habe ich nicht so viel gefilmt. Ihr könnt allerdings mal mein Social Media auschecken, dort habe ich eine kleine Instagram Story gemacht und ja, Links zu Twitter, Insta und sonstigem findet ihr in der Infobox. So you leave me alone, they say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in, I will not let them win, I won't stop till the end, no. So, let's go! So, let's go! So, let's go! So, let's go! So, Leute, ich habe gerade meine Jacke ansitzung, also was heißt gerade vor 10 Minuten oder so, und bin dann richtig random so einen kleinen Feldweg eingebogen und bin jetzt hier in so einem kleinen Waldstück und das Faszinierende ist, da sieht man vielleicht nicht so gut, aber da ist der Bahnhof von Schabholz, das heißt, in diesem Waldstück hier war ich vorher noch nie, ich bin gerade echt gespannt, wo ich gleich rauskomme und ja, das ist richtig geil einfach so random irgendwo abzubiegen und zu gucken, wo man rauskommt. So, ich bin jetzt nochmal hier aus dem Schnitt, ich hoffe euch hat das Video gefallen, lasst gerne ein Like da, und ja, schreibt mir in die Kommentare, wenn ich eurer Meinung nach irgendwas verbessern kann, das würde mir auf jeden Fall für den Kanal sehr weiterhelfen. Schreibt mir, ihr habt auch gerne Vorschläge oder Ideen für weitere Videos und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag oder Abend, wenn auch immer ihr das Video schaut und wünsche euch viel Energie und Positivität. Bis zum nächsten Mal. Tschau!